Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Jovo's Gerstenbräu anzunehmen bei Wu Shen in Stormwind. An dieser Position ist eine Quest-Wahl für die Menschenkrieger, soweit ich weiß. Für die Allianz. Nun darf man sich mit diesem Jovo's Gerstenbräu treffen. Ich laufe nun hier noch aus dem Gebäude, damit ihr seht, wo ich hier bin. Ich vermute mal, dass ihr das aber schon wisst. Hier hinaus. Altstadt. Ich glaube, jetzt sollte alles klar sein. Nun darf man sich ins Rotkammgebirge begeben. Ich werde den Flug nach Senhai nehmen. Und sobald ich im Landeanflug bin, werde ich mich wieder bei euch melden. Oder wenn ich schon gelandet bin. Bis gleich. Da bin ich auch schon. Ich laufe nun über diese Hücke. Dahinten ist der Flugpunkt bei diesem Häuschen oder Hütte. Sagen wir Hütte. Häuschen ist es ja nicht. Und nun darf man sich zu diesem NPC finden. Ja, genau. Nun darf man sich zu diesem NPC begeben und nicht finden. So, dann laufe ich hier in dieses Gasthaus. Und da ist er auch schon. Hallo. Bestes abzugeben bei Jovo's Gerstenbräu. Bleibt auf dem Boden. Im Rotkammgebirge. An dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Eizocke Ende.